Hüpft da rüber Da wird überall rumgefunzelt Das sind unsere Kameraden Ich höre nicht zu hoch, hau ab! Ok, da unten steht das Wasser mit der ganzen Scheiße Das muss ja auch hier irgendwo hochgehen Da ist der Typ, der da dargestellt ist auf dem Bild Irgendwie ist da nichts Das Spiel verarscht mich So, hier Ich glaube hier geht's lang So, jawoll Das ist ein echt dumm Winkel Egal, komm, drüber, Nille Ich hüpf So, in die Richtung geht's weiter Ja, das war gut Die wollte nicht rüber springen Deswegen habe ich gedacht, muss ich runter Nicht schön Gar nicht schön Hüpf, so, dann hier hoch Das Ding sammeln wir trotzdem wieder ein Also, wenn man mit der Maustaste, wenn ich längst gedrückt habe, kann ich schnell klettern, genau So, einmal den einsammeln Die hüpf, da runter Wieder da hoch Hüpf So Darüber Darüber Warum Okay, da habe ich falsch gedrückt Das war dumm von mir Aber irgendwie will die nicht nach rechts klettern Ich drück nach rechts, weil sie ja an der Wand hängt Und nach rechts Das muss ich ja doch nach oben Dass das perspektivisch teilweise ist Das Klettern Macht's nicht leicht So Kletterbar schneller Genau So habe ich mir das vorgestellt So Hier rüber Ja Natürlich ist das Ganze perspektivisch Da würde ich ja eine feste Einstellung Eher bevorzugen Das dort ist ein großer, ein großer Platz Hier gibt's einen Kampf Das war klar Und fokust an Ja, natürlich bricht es die Combo ab, weil einer tot ist von dem Wir halten nicht genug raus Oh, jetzt die Wärme, die Wärme ist kaputt Äh, was war das, Sense and Loss, oder? So So, komm Ja Sehr gut Ah, Werbung ist wieder da Macht die Werbung wieder an Ich möchte gerne ein bisschen Werbeunterhaltung Das ist schon doof, wenn man Einfach den Kampf schwieriger macht Ja Ich möchte mich gar nicht So, komm. Da ist sie kaputt. Alle wieder unsichtbar. Ja komm. Greif halt den großen an. Das ist doch dumm. Weg springen. Oh. Ja, danke. Au. Komm, hau ihn kaputt. Hau ihn kaputt. Alle endlich strafen verfolgen strafen. Gib ihm. Gib ihm dreckig. Oh, die Rolle fällt mir gar nicht. Okay. Oh, Mann. Ja, ist, ist okay. Ist okay, Nele. Lass dich von dem großen Typen verhauen. So. Kick. Kick. Weggerollt. Abgebrochen. So. Ja, sehr schön. Ich glaube, ich habe alle. Lieber, überall. Der Bezirk ist voll davon. Es musste so kommen. Glücklicherweise. Alle schaut auf sie, während du dich in die Memorize-Zentrale schleichst. Das ist, das musste so kommen. Hallo, ihr sind Lieber unterwegs und ihr sind Zivilisten. Man kann für seine Überzeugung so weit gehen, wie man will. Aber man sollte dabei keine Unschuldigung gefährden. Warum hast du uns das angetan? Vergiss mich. So. Was ist das hier? Irgendeine rote Tür. Kann das hier sein? Ist hier irgendein Balkon? Wenn ich nach unten drücke, klettert sie nach links. Das ist seltsam. Ja, komm, mach auf. Ist schon okay. Das ist gemein. Das ist richtig gemein. Direkt hinter der Tür. Solche Viecher hinstellen. Solche Viecher hinstellen. Ist ich da hoch? Hier hoch, hm? Höp. Da komm ich rüber. So, hey. Mach die Tür auf. Hallo. Muss ich wieder da drüber zurück? Oh, ne. Alles klar. Dann halt so. Die hüpft. Schau. Die hüpft und unten dran denken. Und dahinter der Tür ist direkt. Die Drohne. So. Wie fliegt die? Dahinter. Irgendwo dran nach links. Okay. Hier bin ich am Arsch. Hier bin ich so richtig am Arsch. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Sehr gut. Du bist auch am Arsch, oder? Hilfe. Oh. Okay. Schön putzen. Oh, hey. Bachmann. Wenn sie einen Elite-Inforcer treffen, nehmen sie selbst Schaden. Ja, gut, dass ich heile Zeug dabei habe. Nicht genug Fokus. Okay. Kann ich ihn irgendwie... Logikbombe? Rost in Frieden? Oder mit dem Sansendos? Ne, das ist Schwachsinn. BÄM! Ja, danke schön. Das ist gut zu wissen. Ja, jetzt kann ich ihm nichts mehr antun, oder? Doch, ich kann noch schießen. Hey. Das hat mir aber auch Schaden gemacht. Ja, moin. Was ist hier sauber? Geschichte. Gibt's hier was zum Heim? Bitte bedienen Sie sich. Ja, ich möchte gern Wasser. Geht nicht. Wasser ist aus. Nobira. Die Badproduktion. Ich habe hier Angst. Genau vor sowas. Ah ja, okay. Da kann man die Jalousie runterlassen. Überhaupt nicht mal. Dadurch kommt er nicht mehr raus. So. Türe zu. Türe zu. Ich habe eher das Gefühl, ich muss jetzt hier rüber. Kann das sein? Nein. Nein. Wo kam der her? War das derselbe? Die verarschen mich. Ich glaube, das war derselbe. Ne, es sind zwei. Okay. So. Das erklärt schon mal, warum ich das auch noch mal aufmachen kann. Ähm. Hallo? Ah. Da. Da. Gemein. Woran soll ich? Du. Ah. Okay. Versuchen wir das ganze noch mal. Das macht dir gerade so Spaß. Klack einsperren. Klack rauslassen. Klack aussperren. Ach so. Das könnte natürlich. Na. Pfiff, paff. So. Und komm, flieg rein. Genau. So. Damit ist der drin. Jetzt schicken wir den noch in die Garage. Zack. So. Aha. Ich habe verstanden. Ich bin natürlich voll geheilt dadurch, dass ich gestorben bin. Ist auch gut. Da geht's zur Administration. Ist aber gestorben. Da dürfen nur die großen Chefs rein. Edge. Ich bin vor der Memorize-Zentrale. Die unteren Etagen sind überflutet. Und wie komm ich rein, Superhirn? Hab ich jemals versagt? Es gibt einen VIP-Zugang auf dem Dach des Gebäudes. Ich habe an alles gedacht. Ein VIP-Zugang. Spring durchs Glas. Wenn dein Plan so perfekt war. Wieso ging ich dann wegen Mord in den Knast? Das gehörte dazu. Ich höre sie zum VIP-Eingang. Ah. Ach ja. Das ist nicht gut. Ich bin gerade sehr unkreativ, was das Klettern angeht. Was war das jetzt? Wie soll ich jetzt da rüberkommen? Dankeschön. Oh cool. Du wichsner links. So. Wow. Ich kletter andersrum. Das geht aber nicht, weil es nicht vom Spiel her vorgesehen ist. Wenn man da, wo man muss. Okay. Äh. Also was das, was das Klettern angeht, ist es ganz schön. Und ich vergesse dich auch nicht, Memrise. Trust us, we won't forget you. Ja, genau. Ähm. Was das Klettern angeht, sind sie sehr... ...stark single. ...stark. ...stark. Vielen Dank.